Twitchy-Vibes. Heute haben wir den Talk mit Kianusch am Start. Be unique, baby. Dabei ist alles blöd. Ab wann gilt man denn als Deutscher? Diese Leute, die das, sag ich mal, das Weltgeschehen oder die Wirtschaft so leiten, wie sie das jetzt tun, wenn sie von der Bildfläche verschwinden. Nimm das als Teil von dir an und hab keine Angst mehr davor und drück das so weg. In was nicht reinpasse? So in die Gesellschaft, Bruder, halt so. Nur mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die es machen, ist für mich schon, grenzt schon fast an Hate. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Was geht, was geht, was geht? Einige Leute sind schon da. Ich küsse euer Herz. Wie geht's? Wie steht's? Twitchy-Vibes. Heute haben wir den Talk mit Kianusch am Start. Kianusch ist auch schon drüben am Start, macht gerade sein Intro. Der ist übrigens auch gerade live. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Talk. Verzeiht mir, wenn ich während dem Talk nicht so krass auf den Chat eingehen kann, wenn wir gerade in irgendwelchen Themen drin sind. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Check, 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 check. Okay, sein Mikrofon ist gemutet. Skrr. Ö, grr. Okay, Leute, wir schalten um in drei, zwei, eins und babs. Let's go. Shit. Was geht ab, Brudy? Bam. Kianusch, man. Wie geht's dir, Bruder, jetzt? Alles gut? Schön. Diesmal hast du den Tee. Hast du keinen Tee? Nee. Standard-Abendprogramm bei mir, Bruder. Beste, Bruder. Ich bin hier im Studio, hier ist alles kalt und trist. Hier ist leider keine Küche mehr. Du hast doch mal auf TikTok so ein Tee-Tutorial gemacht, ne? Ja, das war aber bei mir zu Hause. Hast du das gesehen? Ja, Digga, hab ich schon reingezogen. Leute, begrüßt mit mir recht herzlich den einzig wahren Leon Lovelock. Be unique, baby. Der Bruder mit dem Adoniskörper. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für die Introduction. Auch hier in meinem Chat. Sagt einmal Hallo zu dem Bruder Kianusch. Hallo. What's going on here, man? Ich bin der kleine hackende Motherfucker. So. Du hast ja schon ein bisschen gehackt, ne? Bevor wir live gegangen sind. Hast du schon mal deine hackenden Skills rausgelassen? Ich weiß nicht, ob man das Hacken nennen sollte, aber ich hab hier auf jeden Fall so was Hübsches eingestellt. So live ist Talk-mäßig, so ein bisschen, damit das für die Leute so ein bisschen seriös aussieht. Ich steh halt auf so einen Scheiß, ne? Ich bemühe mich immer auch, dass meine Sachen immer so vernünftig wie möglich aussehen und nicht nur einfach so bak, 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 bak. Es soll nach etwas aussehen, Bro. Es soll wirken. Man soll es fühlen. Nicht nur gucken, fühlen. Fühlen ist wichtig. Fühle die Vibes. Bruder, du weißt, ich fühle alles, Digga. Ich weiß. Ich weiß. Geiler Typ. Ey, wir haben echt, das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, warst du tatsächlich bei mir im Studio, ne? Ja, genau. Bist du da gerade? Ja, aber ich bin halt in einem anderen Raum. Ich hab mir hier extra so einen Streaming-Gaming-Raum anzuschaffen. Ey, Mann, ihr habt alle so geile Räume, Digga. Auch der Sugar gestern so. Ihr habt alle voll die Studios und so, Bro. Das sieht geil aus. Ich würde das auch gerne. Ich würde das auch gerne haben. Ich reinvestiere halt immer das Geld. Ja. Und fang nicht irgendwie an, mit T-Shirts für 500 Euro zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Davon hab ich nix. So. Bei mir, ich bin halt immer viel unterwegs, weißt du. Mal hier, mal da. Drei Jahre Berlin. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ein Jahr fucking Mexiko. Da in Hannover, dann hier, dann da. Ich hab keine richtige Base. Deswegen ist es auch schwer, so ein Studio aufzubauen. So lohnt es sich für mich gerade noch nicht so. Bro, ich sag dir ehrlich. Da, wo man Wurzeln schlägt, da kannst du dich am meisten auch entfalten. Aber wenn du jedes Mal deine Wurzeln wieder rausreißen musst und woanders hingehst, ist, glaube ich, weil man vermisst irgendwann das Gefühl von zu Hause, weil nur dort kannst du deinen Akku aufladen. Dann hab ich so das Gefühl. Ich war auch, ich bin auch viel unterwegs und ich hab immer gemerkt so, ich komm nur zu Hause zur Ruhe. Aber zu Hause ist nicht immer da, wo deine Familie ist, sondern zu Hause ist da, wo du dich zu Hause fühlst. Das kann auch einfach in der Booth sein oder in einem Studio oder so, weißt du. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt so. Also wirklich ein Zuhause, wo ich mich richtig krass wohne. Sonst kannst du deinen Akku nicht mehr aufladen. Ich fühle ganz genau, was du meinst. Weißt du, wo ich meinen Akku aufladen kann oder wo ich mich zu Hause fühle? Tatsächlich da, wo meine Mom ist halt so. Wenn ich bei meiner Mom bin, dann merke ich halt richtig so, okay, krass. Hier kannst du mal wieder Leon sein. Hier kannst du mal wieder einfach entspannen, alles loslassen. Auch der kleine Junge wieder sein. Weißt du, wie ich meine? Voll, voll, Digga. Der Sohn. Nicht immer der Mann, der alles so allein, sondern man kann auch mal wieder der Sohn sein. Mama kocht mal lecker. Du kannst dich fallen lassen so und ladest dich wieder neu auf so oder lädst dich neu auf. Das ist voll, voll wichtig, Alter. 100 Prozent, Bro. 100 Prozent. Ich muss dir sagen, ich bin halt einer so, der schon immer das Gefühl hatte, dass er noch nicht an dem Ort, wo er ist, richtig ist, sage ich mal so. Und durch die Reise nach Mexiko und das Jahr in Mexiko hat mir auch gezeigt, dass es Orte gibt, wo ich auf jeden Fall mich besser und mehr entfalten kann und mehr ich selbst sein kann. Und deswegen bin ich halt seitdem auch viel am Switchen, viel am Gucken. Ich sehe mich halt langfristig wirklich nicht in Deutschland. Weißt du, deswegen will ich mir auch hier in Deutschland nicht so eine heftige Base aufbauen mit Studio und mit hier und mit da, weil ich halt einfach langfristig mir nicht vorstellen kann, in dem Land hier zu leben. Weißt du? Aber warum? Weil das Land dir nicht gefällt? Also das Land an sich? So die Häuser, die Straßen? Oder was stört dich hier so? Oder ist es eher so das Gesellschaftliche? Bruder, ich will das nicht zu negativ reden, so weißt du? Nein, gerade raus, Bruder. Guck mal, bei mir ist Life is Talk. Also wenn ich solche Talks mache, immer unzensiert, so wie dein Herz dir sagt. Bro, ich bin dankbar. Wenn du das sagst, was dein Herz dir sagt, dann bist du das zu 100 Prozent. Sowieso, Bruder Herz. Ich sag mal so, ich will es so sagen. Ich bin dankbar, dass ich hier geboren bin. Ich bin dankbar, dass ich auch halb, ich bin ja auch halbdeutscher, so DNA-technisch. Und ich bin dankbar auch für alles, was man hier hat, so. So, ne, hundertprozentig. Aber dieses Freiheitsgefühl hat mir vor allen Dingen seit Corona habe ich hier nicht mehr richtig bekommen. So, weißt du, was ich meine? So, ich fühle mich nicht... Aber du nimmst mir mal Freiheitsgefühl. Also was meinst du genau? Das kann ich dir voll schwer, das kann ich dir voll schwer beschreiben. So, weißt du, was ich meine? Weil das finde ich interessant. Ich finde, das ist auch irgendwo der Knackpunkt, wo dich Leute vielleicht missverstehen. Ja. Weil wenn du sagst Freiheitsgefühl, dann denkt man sich so, hä, warte mal, du kannst hier rausgehen, wann du willst. Alter, du kannst Joint anmachen, Alkohol trinken, Party gehen. Ja, ja, ja. Du kannst halbnackt auf die Straße gehen. Du kannst hier eigentlich... Ich sag dir, was ich meine, Bruder. Wo gibt's denn... Also, ich verstehe nicht, was damit genau gemeint ist. Vielleicht kannst du das nicht nur mir, sondern auch mal den Leuten vielleicht ein bisschen näher bringen. Bruder, für mich Freiheitsgefühl... Ich hab mich halt schon immer, sag ich mal... Ich hab mich schon immer so gefühlt, als ob ich nicht richtig reinpasse, so. Weißt du, was ich meine? Ich hab schon immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie... Aber in was nicht reinpasse? So in die Gesellschaft, Bruder, halt so. Mit dem, wie ich bin. Mit dem, wie meine Art ist und so. Weißt du, ich bin ein sehr positiver Mensch, der eigentlich gerne Liebe auch so mit anderen Menschen austauscht. Weißt du, was ich meine, so? Ich bin einer, der eigentlich immer happy ist, der jedem auch irgendwie helfen würde, wenn er ihn fragen würde und so. Und diese ganzen Gegebenheiten, die sind halt hier nicht so krass, wie in anderen Ländern zum Beispiel. Ich hab's in Mexiko gemerkt, so. Ich geh raus und mir ist die menschliche Verbindung mit Menschen sehr, sehr wichtig, so. Ich geh raus, ich guck Menschen in die Augen, die gucken mir in die Augen als echte Menschen. Ich spür das, Bruder, weißt du? Ich guck denen in die Augen, die gucken mir in die Augen, wir lachen uns an und dann geht mir mein Tag, mir geht's dann schon einfach besser, so. Weißt du? Und das hab ich halt zum ersten Mal richtig gefühlt, als ich drüben in Mexiko war, so. Natürlich hat jedes Land seine Vor- und Nachteile, aber dieser Vibe, dieses im Herzen, im Herzen so glücklich zu sein, das liegt für mich, also für mich sind die äußeren Umstände auf jeden Fall auch, was das beeinflussen kann, so. Weißt du? Ich kann diese Happiness auch hier in Deutschland bewahren, so. Aber das zu bewahren ist halt hier viel schwerer für mich, als wenn ich in einem Land bin, wo ich das Gefühl habe, dass Menschen noch mehr Menschen sind, wo die Sonne scheint, Bruder. Weißt du, was ich meine, so? Ich bin ein Sonnenkind, ich fühle mich in der Sonne extrem wohl. Das sind halt alles so Faktoren, wo ich sage, es ist es einfach nicht. Und auch die Natur zum Beispiel. Ich mag auch die Natur in Deutschland, ne? Ich gehe auch gerne hier in den Wald, ich gucke mir gerne irgendeinen Bach an, wie der fließt und so. Aber ich kann viel besser connecten mit der Natur, in karibischen Ländern zum Beispiel. Ich war noch nie in Afrika, da wird es auch noch spannend für mich sein, wie es da für mich ist. Was ist denn deine andere Hälfte? Also die eine Hälfte ist deutsch, die andere Hälfte ist? Also mein Vater ist Afroamerikaner. Also Ami? Ja, seit Generationen in Amerika, aber ich definiere mich als Afrikaner. Ich habe auch einen DNA-Test gemacht, wo man so gucken kann, wo deine Vorfahren herkommen und ich bin zu 50 Prozent halt Nigerianer eigentlich. So ist es so. Nigeria, okay, krass. Ja. Ich habe letztens eine sehr interessante Debatte gesehen, bevor ich auf das zurückkomme, was du gerade gesagt hast. Ja. Ab wann gilt man denn als Deutscher? Also ab wie viel Generation? Wie viel Generation lang müssen deine Vorfahren in Deutschland gelebt haben, dass man sagen kann, du bist Deutscher? Das ist eine wilde Frage, Bro. Also ich bin auf jeden Fall richtig Deutscher so. Weißt du? Ja, aber guck mal. Ich verstehe, was du meinst, aber wie viel Generationen müssen deine Vorfahren in Deutschland gelebt haben, dass du sagen kannst, ich bin richtig Deutscher? Guck mal, ganz ehrlich, Bro. Geht ab deinem Opa los oder Uropa oder ab wann geht es los? Für mich bist du auch ein Deutscher. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Generation ihr schon in Deutschland lebt, aber für mich bist du auch. Aber bin ich technisch deutsch für dich? Also technisch gesehen durch meine DNA? Biologisch gesehen meinst du? Biologisch gesehen? Genau. Ja. Es ist ja klar, dass ich jetzt nicht bin. Also ich meine, es ist ja nicht schlimm. Ich fühle mich. Ja, aber das ist auch eine Sache, aber die ich sehr schade finde so, weißt du? Weil ich glaube, guck mal, wie viele Migranten wir mittlerweile in Deutschland haben, so der Teil der Migranten ist extrem groß so. Man hat immer das Gefühl, dass die nicht richtig dazugehören, weil die auch, ja, ich hätte mir früher zum Beispiel immer gewünscht, dass zum Beispiel die Türken, guck mal, wie lange die Türken schon in Deutschland sind, wie krass die mitgeholfen haben, Deutschland aufzubauen so. Wie viel die da reingesteckt haben, wie viele Generationen, die schon hier sind so. Ich hätte mir mal gewünscht, dass mal ein Bundeskanzler oder jemand, der oben steht in Deutschland, mal sich hinstellt und sagt, ey, ihr gehört zu Deutschland dazu. Wir lieben euch. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Mal so eine, so, so. Weil dazu zu gehören oder es zu sein, ist doch ein Unterschied, oder? Ja, ich glaube halt, so wie in Amerika zum Beispiel, fühlen sich ja auch sehr viele, die nicht Uramerikaner, also Amerika ist sowieso ein Immigrationsland, kann man jetzt schwer sagen, so weiß ich, was ich meine, weil Amerika sind ja eigentlich alles Einwanderer, so. Aber ich kenne auch so, es gibt viele, die Schwarzen sehen sich als Amerikaner, die Italiener sehen sich als Amerikaner, die da hinkommen. Die halten die Flagge hoch, die sind stolz darauf, die sind proud, weißt du? Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die Akzeptanz, ich, guck mal, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil der Rassismus in Amerika auch nochmal deeper ist als in Deutschland zum Beispiel, aber die Akzeptanz von den Leuten, die migriert sind, ist ein bisschen größer so. Es liegt vor allen Dingen auch daran, dass du als Migrant da auch, es gibt schwarze Polizisten, schwarze Anwälte, es gab einen schwarzen Präsidenten, diese ganzen Sachen so, haben dafür, glaube ich, auch gesorgt, dass es immer mehr akzeptiert wurde. Ich finde halt, ich kann es dir schwer sagen, so ob du jetzt Deutscher bist oder nicht, aber ich finde, wenn wir hier alle leben, in der Gesellschaft stattfinden und Steuern zahlen, arbeiten, keine Ahnung, Alter, vielleicht auch... Ich frage mich, worüber definiert man seine Nationalität? Natürlich durch seine DNA, oder? Also durch sein Blut. Du sagst ja, durch mein Blut fließt, weißt du was ich, jetzt in meinem Fall iranisches Blut, oder bei dem Fall ein bisschen nigerianisches Blut. Der eine sagt, durch meinen Adern fließt deutsches Blut, aber wenn du mal durchgehst... Ich bin gar nicht so patriotisch, aber eigentlich, sage ich dir ehrlich. Genau, darauf will ich hinaus. Das ist nämlich der Knackpunkt, weil irgendwo sind wir, oder wir werden in der Zukunft so miteinander vermischt sein, dass es gar keine Nationalität mehr wirklich gibt. Weißt du, was ich meine? Safe. Und die Grenzen, die da sind, die wurden teilweise mit Lineal gezogen irgendwann. Vor Jahrhunderten, Jahrtausenden war das eine Land noch gar nicht das Land und so. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es sowieso voll schwer zu sagen, ey, ich bin das oder ich bin das. Eigentlich gehört uns die ganze Welt. irgendwann auf, dass es keine Länder mehr gibt, dass keiner mehr sagen kann, ich bin so und so, ich bin so. Alles ist doch vermischt. Also die Mischlinge werden ja immer mehr. Ich weiß nicht, jeder hat ein Stück von irgendwas. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das gut oder nicht gut ist, weißt du, wenn man alles auflöst und man keine Nationalität mehr hat, weißt du, und man eigentlich nur noch die Welt ist und jeder sich mit der Welt und dann am besten noch eine Welt ist. Ist das nicht die Quintessenz von Am besten noch eine Weltregierung so? Dass wir alle eins sind? Ja. Dann muss sich auch die Nationalität, also Nationalismus muss sich doch auflösen, oder nicht? Ja, aber ich glaube halt auch, dass zum Beispiel andere Leute Nationalismus auflösen wollen aus anderen Gründen, dass sowas zum Beispiel wie eine Weltregierung stattfinden kann, wo eine Regierung für die ganze Welt entscheidet und alle das umzusetzen haben, so weißt du. Würdest du das gut finden, wenn es eine Weltregierung gibt, sage ich mal? Wenn ich auf die aktuelle Lage gucke und gucke, wer das wahrscheinlich sein würde, dann nein. Dann nein. Okay. Wenn das Menschen sind, wenn das Menschen sind so, wo ich, guck mal, ich kann verstehen, das wollte ich auch letztens einmal posten. Ich bin ja ein Typ, ich beschäftige mich mit vielen Dingen und so, ich denke outside the box, ich spreche Dinge an, wo manche Leute sagen so, okay, das ist ein drüber oder der ist verrückt geworden oder der labert Scheiße, der ist ein Verschwörungstheoretiker, diese ganzen Sachen so, ne? Ich kann verstehen, wenn Leute keinen Bock haben, sich mit irgendwie mehr zu beschäftigen als ihr Job, ihre Familie und keinen Bock haben, outside the box zu denken und es ist auch vollkommen okay so, aber was ich halt mir wünschen würde, ist, dass die Leute, die dann für dich denken, die für dich entscheiden, weil du dir keine Gedanken machst, gute Dinge im Herzen haben und was Gutes wollen für die Gesellschaft, für die Menschen, so weißt du. Ich glaube, dass sowas wie eine Regierung funktionieren kann, wenn die Regierung, die da ist, wirklich das Augenmerk auf die Menschen legt so und wirklich was Besseres will, eine Veränderung in die positive Richtung will, was ich schon lange nicht mehr gefühlt habe, wenn ich mir die ganzen Leute angucke. Ich verstehe genau, was du damit meinst. Ich habe letztens ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Freund von mir gehabt und Nazar, Nazar kennst du ja auch. Ja, klar. Der Don aus Wien, der Wiener Don, nicht Wiener Wisschen, Wiener Don. Er hat mal ein bisschen gemacht, aber seine Zeit hat es leider nicht mehr ganz zugelassen, weil es ja schon sehr zeitaufwendig ist. Auf jeden Fall haben wir ein sehr interessantes Gespräch gehabt und wir kamen dann irgendwann darauf, dass wir gesagt haben, guck mal, es gibt keine richtige oder keine 100-prozentige Demokratie, wie man sich das vorstellt, dass jeder Mensch mitentscheiden darf, weil, Bro, es ist unmöglich und logistisch gar nicht umzusetzen, dass du jeden einzelnen Menschen fragst, wie er es haben will und dann hat, ich weiß nicht mehr, ob das mein Kollege war oder Nazar, die haben dann gesagt, guck mal, Bro, stell dir vor, die Leute, die, sag ich mal, die Länder oder die Systeme regieren oder mit, die regieren sogar, stell dir mal vor, dort wären Leute aus der Unterwelt oder Leute, die ganz anders drauf sind oder es gäbe es die gar nicht, weil viele sagen ja, fuck the system, mach alles kaputt und so weiter und so fort, aber die denken halt nicht weiter, die denken nur, ja, die Politiker machen sich die Taschen voll und die müssen weg, jetzt stell dir mal das Szenario vor, diese Leute, die das, sag ich mal, das Weltgeschehen oder die Wirtschaft so leiten, wie sie das jetzt tun, wenn sie von der Bildfläche verschwinden, was wäre dann? Wer würde deren Platz einnehmen? Es könnte wesentlich schlimmer werden, aber es könnte vielleicht auch besser werden, aber der Gedanke alleine nur zu sagen, ey, das System muss weg, fuck the system, alle Politiker sind scheiße, sie machen sich, ich bin selber jemand, der gerne mal auf die führenden Positionen zeigt und sagt, ey, ihr macht euch die Taschen voll, das ist nicht fair, wir müssen hier hungern, aber wenn man mal andersrum denkt, ohne diese Leute, ja, gäbe es ja überhaupt nicht mal den Ansatz von einer Struktur oder den Ansatz von einem System, na klar, hat jedes Land oder jeder Staat hat seine, seine Päckchen zu tragen, wo man noch was besser machen kann, aber ich bin mittlerweile der Ansicht, nur mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die es machen, ist für mich schon, grenzt schon fast an Hate, damit ich das einmal ausführen kann, warum, das ist so, weil die Leute stellen sich da hin und denken sich, ich kann das besser, ich könnte das Land besser regieren, so, und dann, wenn ich mal die Frage stelle, ja, was würdest du denn ändern, du, guck mal, es gibt Leute, ich meine jetzt nicht dich oder mich damit, ich meine, es gibt Leute, die meckern über das Geldsystem, die sagen, ey, das Geldsystem ist korrupt, Politiker sind korrupt, die meckern über, über, weiß was ich, über Korruption innerhalb der Politik, über Vetternwirtschaft, dann frage ich mich, wenn der kleine Bürger jetzt, der am Meckern ist, wenn er in dieser Position wäre, ne, was zum Geier würde er dort tun und ich sag dir, Bro, du weißt es selber, sobald ein Mensch aus dem Nichts, also ein normaler Mensch, ein normaler wie du und ich, wenn er ein bisschen Reichweite bekommt, ein bisschen Ruhm erntet, ein bisschen Ansehen genießt, ein bisschen mehr Geld verdient, du weißt genau, wie sie werden, Leon, habe ich recht oder nicht? Nein, die verändern sich, nicht alle, die verändern sich, nein, guck mal, dieses Ding, nicht alle, ich meine nicht ins Schlimme, ich meine, Grund auf wird sich verändert, er ernährt sich auf einmal anders, du änderst dich jeden Tag, klar, hundertprozentig, du bleibst ja nicht gleich, wenn du etwas, du tust ja was, wenn das wäre, wäre nicht nice, und jetzt stelle dir vor, du bist in einer Position, wo du riesen Verantwortung hast, wirklich riesen Verantwortung und jeden Tag, wenn du aufwachst, hast du einen Druck auf deinen Kopf, oh mein Gott, das ganze Land erwartet jetzt von mir etwas und ich muss alle Aspekte abwägen, ich muss für die Reichen denken, ich muss für die Armen denken, ich muss für die Mittelschicht denken, ich muss für die Leute, die vielleicht in unser Land kommen, denken, versuch mal da eine Mitte zu finden, um jeden glücklich zu machen, Bro, allein in der Musikszene, ich kann niemanden mit meiner Musik komplett, ich kann nicht alle überzeugen, ich hab immer Hater, ich hab immer Leute, die rummeckern, wenn ich mal kein Autotune benutze, sagen die, du klingst immer gleich, wenn ich mal Autotune benutze, heißt es, warum benutzt du Autotune, wenn ich mal singe, warum singst du, wenn ich nicht singe, ein bisschen mehr Melodie muss rein, das heißt, ob als Politiker, ob als Schauspieler, als Rapper, Sänger, was auch immer, sogar als Sportler, du kannst es nie der Masse komplett recht machen, es gibt immer Abspaltungen da, die dann sagen, wir mögen den nicht, wir haten den, und ich denke, dieses Phänomen ist ein gesellschaftliches, großes Problem, Alter, und das liegt an jedem selbst, weil ich hab zum Beispiel langsam aufgehört, immer nur mit dem Finger auf die Politiker zu zeigen, ich dropp das gerne in meinen Texten immer noch, aber ich versuch langsam zu verstehen, dann würde es diese Leute nicht geben, die uns ansatzweise ein System bieten, Infrastrukturen, die wir in diesem Land zum Beispiel haben, die krass sind, muss man sagen, dafür zahlen wir aber auch, weißt du, wie ich meine, dafür zahlen wir, aber dafür haben wir Möglichkeiten, wie fast in keinem anderen Land, und entweder kann man sagen, wir werden abgezockt, oder man kann sagen, ich möchte diese ganzen Privilegien nicht mehr, ich zahle dafür aber auch nicht mehr so viel Steuern, aber dafür lebst du dann fast wie in der dritten Welt, das heißt, irgendwo muss man eine Mitte finden, und es ist sehr schwierig, meiner Meinung nach, sich da hinzustellen, und immer zu sagen, ihr seid die Schuldigen, ihr wollt uns versklaven, ihr wollt uns das machen, weil letzten Endes, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich rede jetzt von Deutschland, weil wir hier leben, Bro, kommt irgendjemand zu dir, mit einer Peitsche, und sagt, geh jetzt arbeiten, oder kommt irgendjemand zu dir und sagt, friss diese Pillen, oder kommt irgendjemand zu dir und sagt, und sagt, lass dich impfen, Fastfood, letzten Endes, was ich damit sagen will ist, tun wir vieles selbst, klar wird uns das suggeriert, durch Werbung und blablabla, aber im Endeffekt, es wird schon Druck gemacht, bist du selber schuld, wenn du Dinge tust, die dich später unglücklich machen, du bist selber schuld, wenn du 40 Jahre arbeiten gehst, und einen Hungerlohn bekommst, und am Ende einfach gedroppt wirst von der Firma, dann bist du selbst schuld, man kann nicht sagen, ich hatte keine Wahl, man hat immer eine Wahl, man kann sich selbstständig machen, man bekommt sogar in diesem Land, Alter, bekommt man Subventionen für Selbstständige, du kannst ein Konzept vorlegen, Alter, die geben dir sogar im ersten Jahr 10.000 Euro, damit du dich aufbauen kannst, wo gibt es das? So, und diese Aspekte, finde ich, meiner Meinung nach, vergess, ich meine mich auch damit, Bro, vergessen wir, wenn wir mit dem Finger zeigen und sagen, ihr wollt uns unten halten, ihr wollt uns versklaven, ihr wollt uns dies, ihr wollt uns das. Erstmal die Frage, Bruder, ich hätte mal eine Zwischenfrage, du hast gerade von den Red rausgeholt. Nein, aber das musst du einmal, das war sowieso die ganze Zeit in meinem Kopf. Okay, dann, wenn du noch hast, dann mach weiter. ach, alles gut, ich muss mein Gegenüber auch quatschen lassen. Ich wollte, ich habe nur eine Zwischenfrage, Bruder, erstmal die Frage so, bist du, also bist du wirklich überzeugt davon, dass die Politiker, die man draußen sieht, quasi auch die Sachen umsetzen, und die wirklich, also die Sachen regieren in dem Land, immer. Ich sage so, es ist ein Zusammenspiel von Großkonzern und Politik in Zusammenkunft, also in Kooperation. Natürlich, die Großkonzerne bezahlen teilweise die Wahlkämpfe der Politiker, natürlich zweckgebunden mit der Vereinbarung, dass zum Beispiel, nehmen wir mal, was weiß ich, Jens Spahn als Beispiel, da kommt ein Pharmakonzern her und sagt, ey, hör mal zu, Jens, wir machen dich, du wirst Gesundheitsminister, wir bezahlen den ganzen Wahlkampf, aber wenn du an dieser Position bist, dann drückst du unsere Medikamente durch. Oder die Nahrungsindustrie sagt, zu dem, was weiß ich, zu irgendeinem Kanzler, der für die Ernährung zuständig ist, sagt dann, ey, guck mal, wir bezahlen dir deinen Wahlkampf, wir geben dir ein bisschen Geld hier und da, sobald du an der Position bist, machst du für uns dies und jenes und verabschiedest dies Gesetz und jenes Gesetz. Das ist natürlich, Bro, das passiert aber überall auf der Welt. Das passiert überall. In anderen Ländern, wenn man das vergleichen will, das ist für mich kein Whataboutism oder was diese Leute sich da erfunden haben, man muss vergleichen, man muss sich immer mit anderen Ländern vergleichen, damit du einen Maßstab haben kannst. Anders kannst du ja gar nicht wissen, was um dich herum abgeht. Das ist ja wie Scheuklappen aufsetzen, wenn du dich mit anderen Ländern vergleichen willst. Und ich finde einfach, dass die Politiker natürlich auch beeinflusst werden und teilweise auch gesteuert oder sogar unter Druck gesetzt werden von Großkonzernen, die sogenannten Lobbyisten. Lobbyismus, das sind Leute, die Interessen haben, sind private Unternehmen und die sind halt so mächtig, dass die mit Geld Dinge bewegen können und das tun sie und das ist ja nicht nur hier so, das ist überall auf der Welt so. Aber es war auch nie anders. Und ich finde, es ist noch nie transparenter gewesen als heute. Sonst wären wir doch alle nicht auf dem Thema. So viele Leute reden plötzlich darüber. Es ist transparent. Den Leuten wird auf die Finger geguckt. Wir haben neulich einen Fall gehabt in der EU. Diese Dame, ich weiß, kann jetzt sein, ob das jetzt gestellt war oder nicht, aber die Dame hat in ihrer Wohnung, weiß ich nicht wie viele Millionen von Euros gebunkert, in Bargeld und die geht jetzt wahrscheinlich in Haft oder so. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, das Ding ist so, Politiker werden schon überführt. Du sagst ja, also du hast ja viele Sachen jetzt angesprochen, so. Und du sagst ja zum Beispiel, dass man die Politiker jetzt nicht immer blamen sollte. Das ist eine Art von Hate und so und das ist auch eigentlich nicht richtig, wenn man immer auf den Politikern rumhackt etc. Es geht schon in eine Richtung Hate. Ja, so. Weil das tun meistens diejenigen, guck mal, ich sag dir, ich bin fertig, ich zähl mich sogar selber dazu, Bro. Ja, 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 ja. Okay. Und guck mal, wenn aber Menschen das Gefühl hätten, dass die Politiker und die Leute, die das alles in der Hand haben, die Dinge so entscheiden würden, dass die uns gut tun am Ende des Tages und wir das spüren und merken würden. Meinst du, dann würde es immer noch so viele skeptische Leute geben, die dagegen schießen, sag ich mal so? Weil das ist bei mir zum Beispiel der Hauptgrund, warum ich sehr kritisch gegenüber Systemen bin, aber nicht nur System und Politiker, weil ich denke und, also ich denke schon, dass das Ding, dass es größer ist als die Politiker, die uns da präsentiert werden, so weißt du? Ich denke schon, dass die eigentlich mehr oder weniger nur die Marionetten sind, die Dinge ausführen und die uns präsentiert werden, die wir dann blämen, auf denen wir dann rumhacken, so. Aber, die sind für uns quasi der Sündenbock. Ja, genau. Es muss ja immer ein Fallbild auch für uns geben, womit wir mit den Fingern drauf zeigen können und das sind dann nun mal die, ich sag schon, die Computer, die Politiker. Wenn man so, wenn man so das Gefühl hätte, dass die Agenda, die hinten dran steht, die übergeordnet ist, pro Mensch ist. Konzerne meinst du? Ja, Konzerne, nenn es wie du es willst, Bruder, weißt du was ich meine? Ja, es sind ja Konzerne, es sind ja Riesenkonzerne, Pharmakonzerne, Big Tech Konzerne. Ja, genau. So von den großen, ich rede mal die großen 5, 6, so Black Rock und diese ganzen Geschichten. Wenn man da das Gefühl hätte, dass die eine Agenda verfolgen, die pro Mensch ist, wo man das Gefühl hat, okay, die machen das, um uns Gutes zu tun. Und ich bin mir fast sicher, dass die denken, dass die was Gutes tun, mit dem, was die tun, weil sonst würden sie es nicht tun. Weißt du, was ich meine? Aber ich bin mir auch sicher, dass da halt sehr viele ekelhafte Interessen hinten dran stehen, die am Ende des Tages auf uns geblamed werden. Und ich muss auch sagen, dass du, du hast ja gesagt zum Beispiel, dass wir alle selber dafür verantwortlich sind, was wir tun und was wir nicht tun. Aber wenn wir den ganzen Tag beschallt werden mit Fernsehen, mit TikTok, mit Handy, mit dieser ganzen Scheiße, wie sollen wir dann überhaupt lernen und verstehen, wer wir sind als Mensch, frei zu sein und unseren Traum zu leben und das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Wenn du von klein auf, von der Kindheit, in der Schule indoktriniert wirst mit dem, was die uns quasi zur Verfügung stellen, weißt du? Und kein Fach gibt zum Beispiel, wo du lernst, wie du einfach Mensch bist, wie du lernst, wie du deine wirkliche Bestimmung findest, wie du lernst, wie du spirituell bist, wie du bewusst bist, wie du, wie du wirklich du bist, weißt du, was ich meine so? Sondern alles dafür gemacht wird, dass du eine Maschine wirst, dass du jemand wirst, der im Klassenzimmer sitzt, wo jeder gleich bewertet wird, wo du deine Schnauze halten musst und egal, was du machst oder was du anders machen könntest, nein, du musst genauso funktionieren wie der neben dir. Und das alleine hält und hemmt uns schon und treibt uns davon weg, unser eigentliches Potenzial, was wir in uns haben, so zu entfalten, weißt du, was ich meine so? Ich habe das Gefühl, dass die krasse Agenda da hinten dran ist, einfach nur uns dumm zu machen, weißt du? So, dass wir alle unsere Schnauze halten, dass wir alle folgen und dass wir alle das tun, was uns eingetrichtert wird. Ihr müsst Geld jagen, ihr müsst das erreichen, ihr müsst dies erreichen, ihr müsst das tun. Aber das ist nicht das, wo ich glaube, was am Ende des Tages einen Menschen glücklich macht, so weißt du? Natürlich, also was ein Mensch glücklich macht, ist nochmal so dahingestellt, da kann man nicht ein Mittel für finden oder da gibt es nicht ein Rezept für. Doch. Und du hast zum Beispiel gerade Blackrock angesprochen, also ich versuche nochmal anzusetzen, wo du die Dings angefangen hast. Aber ich widerspreche dir, Bruder, es gibt das. Bitte? Es gibt ein Rezept, wie du glücklich wirst. Es gibt ein Rezept, wie du harmonisch bist, wie du in deiner Mitte bist, wie du balanciert bist, wie du glücklich sein kannst. Ich finde, dieses Rezept kann ja nicht auf alle angewendet werden. Der eine ist glücklich mit was anderem als der andere. Nein, glaube ich nicht. Dazu können wir ja gleich kommen. Finde ich interessant. Also ich würde gerne hören, was du da meinst. Aber zum Beispiel Blackrock, du sagtest, Agenda verfolgen. Blackrock ist ja eigentlich, die verwalten ja eigentlich Kohle. Genau, die verwalten die Kohle für, sage ich mal, große Konzerne. Ich glaube nicht, dass Blackrock jetzt in dem Fall Druck auf Politiker ausübt, sondern die Großkonzerne, die von Blackrock verwaltet werden. Weil du weißt, wenn man so Begriffe wie Blackrock reinwirft und so weiter und so fort und das dann nicht passt oder matcht, dann können Leute sofort sagen, guck mal, der weiß nicht, wovon der redet. Deswegen, ich bin sehr vorsichtig geworden mit diesen Sachen, dass man irgendwelche Großkonzerne oder Namen reinwirft und die dann mit einer Agenda verbinden möchte. Klar, haben die ihre Ziele, ihre Interessen, aber die sind ja nicht umsonst auch so groß. Die verwalten halt die Konzerne, die am meisten Geld verdienen. Guck mal, was das Thema angeht, da bin ich auch nicht so krass bewandert, wie jetzt zum Beispiel, kann ich empfehlen, in den Chat mal rein, zieht euch mal Ernst Wolf rein. Der ist einer, der hat sich da wirklich verschrieben, diese Themen, auch gerade diese Finanzgeschichten, die Finanzströme, um zu gucken, wer, welche Vermögensverwaltung hinter welchem Konzern steckt, etc. pp. Da bin ich gar nicht so tief drin, weißt du, was ich meine? Muss ich ehrlich zugeben. Ist jetzt ein Name, den ich einfach so reingeworfen habe. Hast du recht, wenn man so einen Namen reinwirft, sollte man auch genau wissen, was da dahinter steckt. Ich wollte nur so beschreiben quasi, dass ich denke, dass die Menschen, die eigentlich entscheiden, was passiert und nicht passiert, nicht die Politiker sind, so, weißt du. Ich wollte mich behaupten. Und da schon was Übergeordnetes stattfindet. Und da bin ich auch nicht der Meinung, dass es zum Beispiel so einfach ist, dass man sagen kann, es gibt jetzt einen Tisch, wo fünf Leute dran sitzen und die regieren die ganze Welt. Ich bin überzeugt davon, dass es auch Milliardäre gibt, Menschen gibt, die viel Macht haben zum Beispiel, die auch eine gute Agenda verfolgen, die dagegen kämpfen. Ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wären wir auch schon viel tiefer drin und würden schon viel schlechter dastehen, als wir gerade dastehen. So, weißt du. Das ist nicht so einfach. Die Leute gehen halt auch immer davon aus, Leon, dass die, die, mächtigsten Konzerne der Welt immer cool miteinander sind. Ich glaube, die kriegen sich auch im Hintergrund und das kriegen wir vielleicht nicht mit, wie die sich gegenseitig zum Beispiel diese Propaganda reinhauen, zum Beispiel dieses Skandal oder Fleischindustrie. Ich wette mit dir, diese Großkonzerne, diese großen Industrien haben ebenfalls Beef untereinander und machen aufeinander Propaganda. Weil guck mal, ich habe eine Sache gelernt, man kann nicht die Schuld immer den Großkonzernen oder den Politikern geben. Die Schuld liegt in erster Linie immer bei uns, weil wir was sind? Wir sind die Konsumenten, Bro. Und das Verhalten der Konsumenten bestimmt die Richtung der Wirtschaft. Das heißt, wenn jetzt, das haben wir, das Phänomen haben wir gerade. Die Menschen meiden gerade Fleisch. Richtig? Echt? Ja, es ist gerade so im Hype, es ist gerade im Hype, dass sich alle vegan und so ernähren. Weißt du doch selber. Egal, wo du hingehst, alles auf einmal bio und vegan. Und ich finde, dahinter steckt die Industrie natürlich auch. Warum bieten sie auf einmal so viel veganes Zeug an? Warum? Weil sie sehen, dass die Konsumenten von diesen Billigprodukten, dieses Billigfleisch und diese Produkte, die voll mit irgendeinem Chemikalien sind, dass die Kunden weglaufen. Was tun sie? Sie stellen Weichen auf die andere Seite. Das heißt, die Kunden laufen weg vor Billigfleisch, vor Billigprodukten, die zu verzuckert sind und so weiter und so fort. Das heißt, was machen sie? Oh scheiße, die Kunden rennen uns weg. Wir müssen denen die Alternative bieten. Wonach suchen sie? Sie suchen nach gesunden Nahrungsmitteln. Ah, sie wollen Bio. Okay, dann machen wir ein paar Tricks. Dann kommen wieder die Konzerne ins Spiel, reden mit den Politikern. Ey, guck mal, wir haben Produkte, wir schreiben da nur Bio drauf. Es ist aber eigentlich nicht wirklich Bio. Aber drückt man dir das Gesetz durch, drückt man ein Auge zu, hier hast du nochmal 200.000, hier hast du 300.000. Bapp, bapp, bapp. Auf einmal ist im Supermarkt alles nur noch vegan und bio. Aber im Endeffekt steckt doch irgendwo dieselbe Industrie hinter, Bro. Weißt du, was ich meine? Safe. Aber wie sagt man so schön? Don't hate the player, hate the game, Bruder. Weißt du? Ja. Aber der Konsument, Bro, der Konsument, worauf ich hinaus will, dasselbe haben wir auch bei Zigaretten. Philip Morris, Marlboro, Zigaretten. Die Leute wollen nicht mehr diese Zigaretten. Es ist out geworden zu rauchen. Die gehen weg. Die wollen eine gesündere Variante. Was machen die? Auf einmal Eikos. Auf einmal gibt es diese Heats. Was denkst du, was denkst du, was ist aber vorher? Weißt du, das ist immer die Frage so. War das Ei vorher da oder das Huhn so? Meinst du, die Leute werden irgendwo so beeinflusst, zum Beispiel jetzt mit Zigaretten. Das war ja voll der krasse Hype. Meinst du, die Leute haben das von alleine so angefangen oder wurden die beeinflusst von irgendwo, das ist das kollektive Denken der Gesellschaft. Ich sag ja, das Konsumverhalten der Gesellschaft ist sehr schwer, sag ich mal, einzuordnen oder zu kontrollieren. Aber wo kommt es her? Wo kommt es her, das Konsumverhalten? Wird es denen nicht irgendwo beigebracht, dass die das oder das konsumieren sollen? Was heißt beigebracht? Also in erster Linie, das, was du konsumierst, lernst du erst mal von deinen Eltern. Also das, was gut ist, dass deine Mutter sagt dir, ein Apfel ist gesund. Oder dein Dad oder jemand in deiner Familie oder jemand, der dir, was gut sagt, den Apfel ist gesund. Da fängt es an. Hör auf, so viel Schokolade zu essen. Natürlich haben die Konzerne ihre Werbemittel und machen sehr viel Werbung dafür. Zum Beispiel war damals Nutella, wurde im Fernsehen als gesundes Frühstück suggeriert. Die Leute dachten, wenn sie morgens Nutella aufzuschmieren, Fußballer und so haben Werbung dafür gemacht. Weißt du was? Ich meine, auch für Bier und Zigaretten. Als wäre es gar nicht so schlimm. Ja, ja, safe, safe, safe. Genau das ist das. Zigarettenwerbung, die haben so einen Cowboy gezeigt in seiner Lymphassäule. Aber Bruder, weißt du, was ich das Gefühl habe? Das ist ein Mann. Ein echter Mann. Was für mich das alles auch auflösen kann, ist irgendwie auch das Bewusstsein. Weißt du, was ich meine? So, dass Menschen bewusst sind und ich habe das Gefühl, dass halt alles dafür getan wird, dass wir nicht mehr bewusst sind von der Schule an, Digi. Weißt du? Und da frage ich mich dann halt, warum ist das so? Weil ich weiß ganz genau, wenn du als Mensch bewusster wirst und wenn du als Mensch wächst und immer mehr in dein Bewusstsein reinkommst, bewusst konsumierst, nicht nur ist, sondern auch, was du konsumierst, so an Informationen, etc. pp. Wenn du einfach bewusster bist, dann wirst du automatisch darauf kommen, so okay, das tut mir nicht gut. Ich merke das so. Weißt du? Wenn ich zu viel auf TikTok bin, wenn ich mir jeden Tag achtmal ein Porno reinziehe, wenn ich irgendwie das oder das tue, wenn ich das oder das konsumiere, tut mir nicht gut so. Aber Bro, das ist ein Prozess. Das ist ein, das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber warum würdest du es nicht beigebracht, oder das ist das? Warum wird uns nicht gesagt, was wir bewusst sein sollen? Es heißt ja, guck mal, nur weil du sagst, warum wird es uns nicht beigebracht, heißt es aber nicht, dass wir uns das nicht selbst beibringen können. Können wir, aber es ist schwer. Es liegt immer an uns selbst, unser Verhalten zu ändern. Es liegt immer an uns selbst. Und ich finde es wichtig, dass man bei sich selber anfängt. Man fängt immer bei sich selbst an. Und vielleicht anhand deiner Taten oder anhand, wie du dann durchs Leben gehst, sehen es deine Freunde und sagen, ey, ich finde es cool, wie der drauf ist. Der ernährt sich gesund, der sieht gut aus, der lebt gut. Ich will auch so sein wie er. Dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Und aus diesen zwei werden fünf. Aus diesen fünf werden irgendwann 20. Aus 20, weißt du, wie ich meine? Das ist dann so ein Treufeuer. Das ist auch genau der Grund, warum ich... in unserer Gesellschaft. Ja. Und das einzige Ding ist, irgendwann haben die Menschen oder wir als Gesellschaft haben irgendwann verstanden, okay, es ist nicht alles gut, wofür geworben wird. Ob es jetzt Zigaretten sind, ob es jetzt irgendwelche Leitprodukte sind oder Zuckerprodukte. Irgendwann merken die Menschen ja, ey, das tut mir nicht gut. Man wird dadurch krank, man kriegt Diabetes, durch Rauchen kriegst du schlechte Haut und so weiter und so fort. Sie sind ja nicht dumm. Wir tun ja gerade so, oder ich kann das so entnehmen, dass der Mensch so dumm ist wie, wie keine Ahnung was und selber gar nicht mehr denken kann. So ist es ja nicht. Sonst wären wir doch schon längst alle kaputt. Es gibt ja Menschen, die trotzdem zu dieser Schule gegangen sind, die du meinst, die uns ja nicht beibringen, wie man sein soll. Ich finde, klar kann man jetzt sagen, es ist ein schöner Gedanke, wenn die Schule dir beibringt, wie du lieben sollst, wie du dich ernähren sollst. Bro, wir haben immer noch, wie soll ich sagen, eine Familie im besten Falle, wir haben Freunde, wir haben unser Verstand. Und die Schule kann auch nicht alles abdecken und dir alles beibringen. Sie bringen dir Grundsätze bei, sie bringen dir dieses Grundwissen bei, so gut es geht. Wie viele von diesen Fächern bringen dir wirklich was bei, Bruder? Wie viele Fächer könntest du davon austauschen, um dir wirklich was beizubringen, was dir in deinem Leben weiterhilft? Ja, ich bin dafür, dass ich, Mathematik zum Beispiel, ich bin dafür, dass man ein gewisses Verständnis für Mathematik haben sollte, dass man für seine eigene Sprache, für seine Geschichte in dem Land, wo man lebt, diese ganzen Sachen sind auch wichtig so. Aber es gibt auch viele Sachen, die beigebracht werden, die unwichtig sind, so weißt du. Und da kann man definitiv austauschen. Aber ich bin der Meinung, das ganze System ist nicht darauf ausgelegt, dass es uns gut geht, sondern Geld zu machen. So. Das ist der eigentliche, das ist das eigentliche Thema. Kapitalistischen, wir leben in einem kapitalistischen System, es geht am Ende nur noch darum, mehr Geld zu machen. Es ist doch klar. Deswegen wirst du ja auch, sage ich mal, als Arbeiter mehr oder weniger vorbereitet. Für die Arbeitswelt. Es heißt ja immer, nach der Schule gehst du in die Arbeitswelt. Genau. Du bist ja sowas wie in einer Brut. Darum geht es ja, das wissen wir. Also für mich ist das klar, dass jeder eigentlich weiß, dass er in einer Brutstätte ist, wo er als Arbeiter ausgebildet wird. Junge, du wirst jetzt Elektriker. Junge, du wirst, weiß was ich, Architekt. Du willst dich weiterentwickeln. Du wirst Arzt. Aber was ich dir damit sagen will, Bro, das ist alles klar. Das widerspreche ich auch gar nicht. Aber was ich dir damit sagen will, ist, das heißt aber noch lange nicht, dass man das auch so werden muss oder so bleiben muss. Es gibt immer, guck mal, ich bin auch ganz normal zur Schule gegangen, du auch. Ich habe nach der 9. Momentan habe ich ein Abgangszeugnis, weil ich habe mich sehr wenig für die Schule interessiert, vielleicht genau aus diesen Gründen, weil ich gemerkt habe, das, was ich machen will, lerne ich hier nicht. Du wurdest auch in deinem Individualismus nicht gefördert. Du hast wahrscheinlich Stärken gehabt, die nicht gefordert waren, so wie ich zum Beispiel. Ich war auch immer ein sehr kommunikativer Typ in der Schule. Ich habe sie selber gefördert. Ja, klar, hundertprozentig. Niemand hat meine Hand genommen und gesagt, komm Junge, ich bring dir das bei. Bro, ich bin genau deiner Meinung, ich bin hundertprozent deiner Meinung, dass man am Ende des Tages für sich selbstverantwortlich ist und sein eigenes Leben in der Hand hat und alles aus sich rausholen kann, was man rausholen möchte. Hundertprozentig, Bruder, hundertprozentig. Bin ich hundertprozentig deiner Meinung, Bro? Deswegen, ich bin auch jetzt keiner zum Beispiel, der in der Öffentlichkeit mehr groß gegen irgendwelche Politiker oder gegen irgendwelche Sachen schießt. Ich will die Menschen mehr dazu anregen, dieses Bewusstsein zu finden und wieder dahin zu kommen, dass man sagt, okay, ich finde raus, wer ich bin. Ich finde raus, was meine Bestimmung ist. Ich finde raus, wie ich glücklich werden kann hier in dieser Welt. Trotzdem, weißt du, was ich meine? Das ist die erste Priorität, die ich mittlerweile habe. Nichtsdestotrotz sehe ich halt, dass das ganze System und wie wir beeinflusst werden von so vielen, diese ganzen Sachen, von denen wir beeinflusst werden, dass die keine wirklich positive Auswirkung auf die Menschen haben und ich sehe halt Menschen, die bis in ihr hohes Alter unglücklich dann sind und mit 50, 60 da sitzen und dann vielleicht verstanden haben, so ey, fuck, das ist es nicht und dann einfach unglücklich sterben und so und davor will ich halt Menschen auch bewahren und ich fände es schön. Wollen wir jetzt die Schuld jetzt, also suchst du einen Schuldigen quasi? Ich such keinen Schuldigen, Bro. Weil du sagst immer, wir werden. Ich sage nur, ich würde sagen nicht, wir werden beeinflusst, sondern wir lassen uns beeinflussen. Das ist ein Unterschied. Ja, Bro, das ist auch. Wir lassen uns permanent in diese Dings bringen. Ja, aber wenn du 13 bist, in der Schule bist und jeder um dich rum TikTok nutzt und Instagram nutzt und so, da hast du was, du hast doch nicht wirklich diese bewusste Entscheidung, triffst du nicht, okay, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht. Du machst einfach das, was alle machen, weißt du? So. Und ich würde mir halt wünschen. es gibt doch Individuen, das ist jetzt ein grobes, ich würde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, jeder, der TikTok in der Schule guckt, ist jetzt verloren. Ich meine, wir haben auch in unseren Zeiten Dinge getan, wo unsere Eltern oder unsere Lehrer gesagt haben, Bro, TikTok ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt, oder TikTok macht ganze Generationen in den Arsch, Bro, die werden in 20, 30, 40 Jahren nicht so sein, wie die Kinder, die ohne den Scheiß aufgewachsen sind, das kann ich dir versprechen, Bruder. Alle Dinge haben zwei Seiten, die Medaille hat immer zwei Seiten, wir betrachten jetzt, meiner Meinung nach, immer diese eine Seite, die so negativ, negativ ist, aber gerade aus der Negativität, das wir hier gerade hervorheben möchten, ist auch eine andere Seite, denn es gibt immer, wie soll ich sagen, Nebeneffekte, du sagst, TikTok ist Schmutz, ich bin nicht anderer Meinung, Bro, ich bin auch der Meinung, dass TikTok jetzt wie eine Waffe eingesetzt wird, aus dem China, um die Bevölkerung dumm zu machen. Weißt du nicht, TikTok in China funktioniert, ja, ne, wahrscheinlich. Natürlich, Bruder, der Algorithmus ist für uns natürlich komplett anders, ich weiß es doch alles. Nein, nein, du kannst auch zum Beispiel. Ich versuche nur noch weiter über den Tellerrand hinaus zu schauen, um selber noch mal nicht nur auf das Negative zu gucken, weißt du, was ich meine, weil das bringt nichts, ich versuche Lösungsansätze zu finden, weil permanent nur zu sagen, die wollen uns ficken, das ist scheiße, TikTok ist giftig, was habe ich davon? Ich fühle mich danach nur noch schlechter. Warum? Also ich möchte als Vorbild erscheinen, wenn Leute sagen, ey, TikTok fickt meinen Kopf, ja, das wissen wir, dann lass uns auch Lösungsansätze finden, lass uns lösungsorientiert arbeiten, anstatt nur über die Probleme zu reden. Finde ich, das ist mein Ansatz. So machen das auch viele, also so mache ich das zum Beispiel auch, dass ich sage so, okay, sei disziplinierter im Umgang mit Social Media. Was wäre denn deine Alternative für dieses Schulsystem oder für dieses System, was du da hast? Nein, jetzt bleiben wir bei TikTok, Bruder, ich würde sagen zum Beispiel, sei dir mehr bewusst, also sei bewusster im Umgang mit Social Media, wie viel Bildschirmzeit hast du, fang an, diese Bildschirmzeit langsam runterzuschrauben, mach was im echten Leben, geh zum Sport, keine Ahnung, red mit deiner Familie, geh mehr raus, lass dich nicht mehr so viel beeinflussen von Instagram, guck nicht so viele Storys, entfolg ein paar Leuten, denen du eigentlich nur folgst, um dich abzulenken, guck nicht so viel Netflix, guck nicht so viele Filme, fang wieder an, mehr im Real Life stattzufinden. Weißt du, was ich meine, das sind ja die Sachen, die ich auch mitgebe und wo ich dann sage, das ist ja die Punkt. Vielleicht hat er kein Real Life, Bro. Dann soll er sich eins aufbauen, Bruder, und das ist möglich. Ja, aber das ist doch voll leicht gesagt, Bro, das meine ich ja. Aber das fängt damit an, dass du aufhörst, nein, das ist nicht einfach, das fängt da an dabei, dass du aufhörst, so viel Zeit am Handy zu verbringen und anfängst zum Beispiel, anstatt am Handy zu chillen, zehn Stunden am Tag, eine Stunde davon zu nehmen und Sport zu machen. Dann eine halbe Stunde davon zu nehmen und einmal kurz spazieren zu gehen. Vielleicht ist der gehandicapt. Vielleicht kann der keinen Sport machen. Man kann nicht das auf alle legen, das will ich nur sagen. Ja, Bruder, aber das sind Advices, die man geben kann und wenn er im Rollstuhl fährt, dann soll er zum Beispiel eine halbe Stunde in den Park gehen und eine halbe Stunde im Rollstuhl fahren und ein bisschen die Luft genießen, ein paar Vögel beim Zwitschern angucken und dann wirst du merken, wie du mehr wieder im Real Life auch neue Gedanken bekommst, die von dir kommen, die von den Tieren, von der Natur kommen und nicht von TikTok oder von Instagram. Weißt du, was ich meine? So, einfach den Menschen das bewusst zu machen. Ich verstehe den Gedankenansatz, Bro. Es ist ja auch richtig, was du sagst. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber die Realität sieht anders aus und ich denke, mit so ein paar Grundsätzen ist das nicht getan. Damit kannst du schon voll viel verändern, Bruder. 90 Prozent der Männer, wenn die aufhören würden, zum Beispiel jeden Tag sich dreimal einen runterzuholen und nur noch einmal einen runterzuholen und dann eine Stunde in den Sport zu gehen und morgens eiskalt zu duschen, das sind drei Rituale, die du machen kannst, drei Dinge, die du machen kannst, die dein Leben verändern werden, Bro. Bin ich überzeugt von. Aber meinst du, wenn man das einfach nur sagt, ist es damit schon getan? Du musst es tun. Aber ich setze mich jetzt hier vor die Kamera und sage, Leute, Leute, hört auf euch einzuwichsen. Macht das nur noch einmal am Tag. Leute, geht immer kalt duschen. Meinst du, damit ist jetzt das Problem gelöst? Ich glaube nicht, Bro. Ich wette mit dir, dass bei dir in deiner Community mindestens drei Leute sind, die das dann ab morgen machen werden, weil die sagen, Kianusch ist ein guter Mensch. Wenn Kianusch was sagt, dann höre ich dem zu, weil ich habe den jetzt schon lange verfolgt, ich feiere seine Musik, der spricht Dinge an und der sagt mir jetzt, ich soll eine Stunde am Tag Sport machen und morgens kalt duschen gehen. Dann hast du schon zwei Menschenleben auf einen besseren Weg gebracht. Und das ist eine Veränderung, zu sagen, dass das nichts bewegt, ist Schwachsinn, weil die Leute können wieder andere Menschen beeinflussen. Das sagt ja keiner. Keiner sagt, das bewegt nichts. Keiner hat gesagt, dass es nichts bewirkt. Du hast gesagt, das bringt nichts. Ich will nur Größe ansetzen. Ich will nicht, das bringt nichts. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nie gesagt, das bringt nichts. Was hast du gemeint? Ich meine nur, dass der Ansatz vielleicht zu leicht gedacht ist. Das habe ich gesagt. Das ist zu einfach gedacht, dass es alle über einen Kamm scheren und dann zu sagen, ja, ich droppe jetzt diese Grundsätze und damit ist das jetzt, habe ich jetzt meine Mission erfüllt. Ich glaube, das ist viel zu einfach auf alle einfach gerichtet. Das ist so, weiß ich nicht, davon gibt es schon sehr viel. Es gibt ja so viele, gerade auch im Social Media, gibt es auch einfach so viele Sachen, wo drinsteht, laut Studie so und so. Wie viele Rapper gibt es denn, die solche Dinge erzählen? Machen wir mal ein Beispiel im Rap-Bereich so. Wie viele Rapper, die Mainstream sind, die eine große Audience haben, denen viele junge Leute zuhören, wie viele von denen geben was mit, was Positives, auch wenn es nur ein Tool ist, nur eine Sache? Es kommt drauf an, was du als Positiv erstmal identifizierst. Vielleicht ist was Positives für einen anderen was völlig anderes. Ich höre halt überwiegend Bitches, Drogen, Alkohol, dies, das, bla bla bla. Es gibt für mich eine Handvoll und du bist einer von diesen, es gibt für mich eine Handvoll, die wirklich noch versuchen, was zu bewegen und ihre Audienzen ein positives Mindset oder was Gutes mitzugeben auf den Weg. Weißt du, was ich meine? Und davon gibt es für mich zu wenig. Natürlich, Bruder. Ja, für mich auch. Aber das ist Showbusiness und die Leute sind nicht verpflichtet, nur gute Werte mitzugeben. Ich verachte das auch. Wenn die über Kokain rappen, über Päckchen verpacken, obwohl die das selber gar nicht machen. Die haben vielleicht zwei Freunde, die das mal gemacht haben. Die rappen darüber, das ist ein Film, das ist Showbusiness. Es gibt Kinder, die nehmen das vielleicht zu Herzen und machen das. Ich sage auch ehrlich, mach das ruhig, weißt du? Aber mach eine Instagram-Story und lass uns unsere Kinder schützen oder mach was Positives für die Welt. Eine Story oder mal einen Satz irgendwo. Weil das nicht cool für die ist, Bro. Weil das einfach nicht cool ist in dem Zusammenhang bei den Leuten. Weil die etwas verkörpern, was auf einmal, das passt auf einmal nicht, dass die auf einmal so auf Dings machen, so ey, ihr müsst alle friedlich sein, obwohl er voll die Gangster-Musik macht. Er fährt einen Film, vielleicht ist er anders ein Vorbild für die Leute. Ja, das muss man aber auch verstehen, Bro. Er hat ja ein Image aufgebaut, er will das ja nicht kaputt machen, er verdient damit gerade Geld, das muss man auch verstehen. Aber vielleicht hat er einen anderen Ansatz, die Leute zu motivieren. Vielleicht nicht mit, geht kalt duschen oder was weiß ich, esst nur noch gesunde Sachen. Vielleicht sagt er, ey, ihr müsst hart an euch glauben und immer was dafür tun und ihr werdet irgendwann euer Ziel erreichen. Das geht ja auch, das ist ja auch coole Werte. Ich glaube immer an eure Ziele, obwohl er Gangster-Musik macht. Safe. Das gibt's auch, Bro. Gibt's nicht viel. Hör ich halt selten. Das meine ich halt, es ist immer anders definiert. Ja. Die Definition von glücklich sein oder von als Vorbild sehen ist immer anders. Jeder definiert es anders. Und jede Gruppe hat andere Ankerpunkte bei demjenigen, wo er sich dran festhalten kann. Zum Beispiel ist es bei mir, ey, zieht keinen Koks. Bei dir ist es, ey, nur Liebe. Bei einem Kontra-Kar ist es, trainiert jeden Tag. Bei einem Kalle ist, ihr müsst euer Mindset aufpäppeln. Bei einem Capital Bra ist es, glaubt immer an eure Ziele. Egal, was wir von uns geben. Irgendwo ist eine Quiddessenz mit drin, wo die sagen, ey, glaubt immer an euch und ihr könnt was werden. Klar gibt es Beispiele, die das nicht machen. Aber worüber reden wir hier? Also die, die du als erstes auf... Also ich finde, die du... Es ist viel zu groß, als das nur auf Rap zu beschränken, diese Sachen. Weißt du, wie ich meine? Es ist viel zu komplex und viel zu groß. Ich finde immer, man muss immer bei sich selber beginnen und für sich selber irgendwann einen Anfang finden. Der eine macht so, der andere macht so. Aber man kann nicht ein Rezept nehmen, weil du meintest, es gibt ein Rezept für alle und das auf alle legen. Das ist für mich unrealistisch. Weil du triffst jeden Menschen anders mit anderen Sachen. Weißt du, du kannst zum Beispiel für 20 Leute im Stream, kannst du sie treffen mit Gekaltduschen und mit anderen Sachen kannst du vielleicht mehr Leute erreichen. Das heißt, man kann nicht zehn Grundsätze nehmen und sie auf alle legen. Das ist für mich unrealistisch, weil du meintest doch, es gibt ein Rezept. War das das Rezept, was du meintest? Nein. Diese Grundsätze mit geh in den Wald, rede mit Tieren, ernähre dich gesund oder was meintest du mit es gibt ein Rezept, das für alle gilt? Das hast du ja vorhin gesagt. Bewusstsein. Ich bin gespannt, was das ist. Bewusstsein. Aber was, Bruder, Bewusstsein ist groß, also wie, was ist Bewusstsein? Nein, das ist eine Sache, Bruder, Bewusstsein. Ja, aber man kann auch bewusst Drogen nehmen. Man kann bewusst Leute ausrauben. Was meinst du mit Bewusstsein? Sich die Dinge bewusst machen? Nein, einfach dein eigenes Bewusstsein zu finden erstmal, weißt du? Das, was du bist im Kern, weil am Ende des Tages sind wir, gibt es viele Tools, die dir dabei helfen können, sowas wie Meditation zum Beispiel. Zum Beispiel. Meditation, im Moment zu sein halt. Immer wieder versuchen, nicht zu viel zu denken, nicht zu viel in die Zukunft zu denken, nicht zu viel in die Vergangenheit zu denken, im Moment zu sein, weißt du? Da zu sein, bewusst zu sein, dir bewusst zu machen, dass du nicht deine Gedanken bist, dass du nicht das bist, was in der Vergangenheit passiert ist oder was in der Zukunft vielleicht noch passiert, so, weißt du? dass du einfach bewusst bist und umso bewusster du wirst, umso bewusster konsumierst du, umso bewusst wirst du auch merken, wenn du schlechte Dinge tust, dann wirst du in dir merken, dass es dir nicht gut tut und wirst eventuell damit aufhören, so. Ich zum Beispiel konnte früher mir viel mehr, also ich konnte viel mehr Scheiße machen, ohne da mich schlecht zu fühlen oder zu merken, ey, jetzt geht es mir gerade kacke, so, weißt du, was ich meine, so. Heutzutage, wenn ich das machen würde oder mache, dann merke ich richtig, wie mir das selber nicht gut tut, weißt du? Und das liegt daran, dass ich halt bewusster geworden bin, dass ich mehr in meiner Mitte bin, dass ich mir mehr darüber klar bin, was ich mir antue, was ich konsumiere, wer ich bin, so, weißt du? Und das ist eine Sache, die, glaube ich, jedem helfen kann, einfach mal die Dinge um sich herum auszuschalten, nicht so viel mit Social Media und so, was ich vorher schon gesagt habe, sondern wirklich versuchen, im Moment zu sein, so. Das ist für mich ein Riesen-Key. Wusstest du, laut einer Studie, ich weiß nicht mal, genau das war aus welchem Land, irgendwo aus Amerika, eine Studie, laut einer Studie, ist Social Media für Leute, die in einem echten Leben, du sagst ja immer Social Media ausmachen, ausmachen, dass das für sie ein Halt ist, den sie vorher nicht hatten und dadurch richtig aufblühen, ne? Ja, safe. Wusstest du das? Es ist genau, es ist genau andersrum zu dem, was du sagst. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dein echtes Leben kacke ist oder wenn du in deinem echten Leben, nix auf die Kette kriegst oder irgendwie alles scheiße ist um dich herum, dass du dann dir den ganzen Tag Netflix reinziehst, das kennen wir ja alle, wenn wir mal ein bisschen depressiv sind und nicht so viel Bock haben, dass wir uns dann irgendwas reinziehen, was uns dann entertaint, wo wir uns gut fühlen, weißt du? Oder wir schreiben mit jemandem auf Instagram oder swipen ein bisschen bei TikTok oder holen uns einen runter und so, damit man sich halt ein bisschen cooler fühlt und so. Ich glaube halt nicht, dass das die... Ne, das meine ich gar nicht, Bro. Was ich gerade meinte ist, es gibt Menschen, die im echten Leben, draußen in der Natur oder ohne Social Media, sehr depressiv abgekapselt und einsam sind und gekränkt sind, aber durch Social Media haben sie endlich wieder eine Freude im Leben und dadurch sind sie aufgeblüht und das wiederum überträgt sich in ihr echtes Leben und werden erfolgreich. Das gibt's auch, Bro. Was sagst du zu den Leuten? Sagst du denen auch, die sollen ihr Handy weglegen? Das ist ja schon passiert dann. Finde ich gut. Finde ich cool. Also ist ja was Schönes dann im Endeffekt, wenn die daraus ein besseres Leben sich aufbauen. Also doch wieder nicht, weil das meine ich, wir können nicht etwas komplett verteufeln und das komplett negativ Bro, ich verteufel, ich verteufel das gar nicht, weißt du? Ich hab nur gesagt, dass das dir helfen kann, wenn du deine Bildschirm... Ja, es klingt ein bisschen so TikTok, Instagram, das klingt... Ich hab nur gesagt, dass du deine Bildschirmzeit ein bisschen reduzieren sollst, ein bisschen mehr wieder im echten Leben stattfinden sollst, so. Ich bin doch auch am Handy, ich mach auch Social Media, ich arbeite sogar mit Social Media, so, weißt du? Das kann dir auch viele Opportunities aufmachen. Kann dir helfen, in deinem Leben auch voranzukommen, etc. Ich sage nur diese Extreme, weißt du, wie ich meine? Ich seh halt in der heutigen Welt, dass Leute... Einer hat mir im Chat geschrieben, er hat 15 Stunden Bildschirmzeit am Tag. Das ist eine Sache, wo ich sage, Bruder, das kann nicht gut sein für einen Menschen, wenn er den halben Tag oder fast den ganzen Tag an irgendeinem Bildschirm ist und nicht mehr im echten Leben stattfindet, so, weißt du? Das ist das, was ich sage. Und ich sage halt, dass ein radikaler Cut oder beziehungsweise mal ein Detox zu machen, sowas wie Fasten oder so von der ganzen Scheiße, dir helfen kann, wieder mehr Balance da rein zu bekommen, weißt du? Das ist einfach das, was ich mir wünsche, weil am Ende des Tages liegt die Wahrheit meistens in der Mitte, so. Ja, absolut. Also man sollte nichts zu viel machen. Man sollte auch nicht zu viel draußen rumlaufen, sonst weißt du nicht mehr, wie dein Zuhause ist. So. Den ganzen Tag draußen bist du. Verstehe mich nicht falsch. TikTok und so, ich sehe das ja alles wie du. Ich sehe das ja genauso, dass der übermäßige Konsum von solchen Sachen natürlich schädlich ist. Das verbrennt dein Gehirn. Alleine 10 Minuten auf TikTok, du hast einmal die ganze Welt von Asien bis Europa gesehen. Dein Gehirn kann das nicht verarbeiten, es ist überlastet, du hast Reiz über... Das weiß ich alles. Aber ich probiere halt irgendwie so langsam mal nicht über die Probleme zu reden oder nachzudenken. Wenn ich schon jemanden im Talk habe, der das so ähnlich sieht, probiere ich Lösungsansätze einfach zu finden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil das, was wir gerade sagen, das wissen wir ja alles. Das wiederholt sich ja permanent. Ich will halt nicht in einer Wiederholungsreife permanent reden. Das Ding ist, was ich halt Menschen empfehlen würde, ist safe 100% und letztendlich weiß ich ganz genau, was du meinst, Bruder. Es bringt auch nichts, die ganze Zeit nur über die negativen Sachen zu reden. Deswegen versuche ich auch immer dann auch Lösungsansatz dann halt mit reinzubringen. So, weißt du? Es ist halt, hört sich so einfach an, wie du sagst, die Sachen wurden schon gesagt. Ja, ich soll halt einfach weniger am Handy sein. Ich soll halt einmal die Stunde, einmal am Tag eine Stunde zum Sport gehen, versuchen 20 Minuten im Moment zu sein, so eine Art Meditation zu machen, nicht mehr viel nachzudenken und so. Aber das sind halt wirklich Dinge, die helfen so. Und da gehört halt am allermeisten, was du dir am allermeisten aufbauen musst, ist halt die Disziplin, dass du es halt machst so. Disziplin ist eigentlich das, was dir hilft dabei, die Dinge wirklich umzusetzen und dann kannst du halt wirklich was verändern, Bro. Und deswegen bin ich auch so ein krasser Fitness-Fanatiker und will Leute halt ins Gym treiben und so, weil das hat mir, das Studium und das Training hat mir die Disziplin beigebracht, so. Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe, aufzustehen und mich kacke zu fühlen, trotzdem ins Gym zu gehen, trotzdem mich hinzusetzen und zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden zu lernen in der Bibliothek, so, weißt du? Disziplin ist key. Oder Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg und die Konstante. Das ist das A und O. und meiner Meinung nach haben die Menschen einfach viel zu wenig Disziplin. Ich erwische mich selbst dabei, wie ich mir selber sage, ab jetzt gehst du wieder trainieren, ab jetzt ziehst du dein Ding durch, ab jetzt streamst du jeden Tag. Alter, es vergehen zwei, drei Tage und ich denke mir so, boah, ist das anstrengend, Alter. Und ich denke mir so, woher kommt das? Woher? Warum? Ich mach doch nichts. Ich könnte das jetzt machen, aber meine Gedanken spielen mir einen Streich und überreden mich auf einmal, was anderes zu machen. Und ich denke mir so, Alter, ich bin eigentlich voll die Pussy, was das angeht. Ja, real talk. Im Endeffekt erwischt man sich selber dabei, wie man eine Pussy ist und dann schaltet man irgendwann noch ab und denkt sich so, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich mach dafür was anderes Produktives und versuch, sich das dann schönzureden. So kenn ich. Und natürlich, das hat jeder in uns. Das ist der innere Schweinehund, den man besiegen muss. Das heißt ja nicht umsonst, der innere Schweinehund. Dieser permanente Kampf gegen sich selbst. Jeden Tag, Alter. Du wachst auf und du kämpfst gegen dich selbst. Bobs. Und das ist das Ding, womit man ein bisschen umgehen muss. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir sage, warum musst du überhaupt gegen dich selbst kämpfen? Warum musst du kämpfen gegen dich selbst? Bist du das wirklich selbst, gegen den du kämpfst? Oder ist das das Produkt der Gesellschaft, gegen den du da gerade kämpfst? Ja, so würde ich das beschreiben. Diese ganzen Einflüsse, die dich dann irgendwann so machen, kann sein, dass es schwer auf dir liegt und du dann so bist. Und deine innere Stimme ist eigentlich dein wahres Ich, wo du dann im Konflikt mit dir selbst steckst. Du bist eigentlich voll der Krieger, du bist eigentlich voll der Typ, der voll am Start ist, aber es geht nicht. Du musst arbeiten gehen, du hast deinen Kopf voll mit Terminen, du musst Sachen erledigen, du hast noch eine Frau, die auf dich wartet, du hast Kinder, du musst einkaufen gehen und dann sollst du noch diese... Das heißt, du kannst nur im Konflikt mit dir selber stehen. Aber was tun wir da? Ich sage, du musst es halt irgendwann auch einfach... Scheißt du dann auf diese ganzen Verantwortungen und gehst dann auch noch dein... Nein, nein, du musst es irgendwann... Du musst es irgendwann für dich auch einfach, glaube ich... Weißt du, ich bin ja kein Heiliger, Bruder. Ich weiß selber, ich habe selber diese Sachen. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht Fitness und so, das gehört bei mir schon so zum Leben dazu, wie auf Toilette gehen und so. Aber du musst halt, ich habe zum Beispiel so, mich hinsetzen und Papierkram machen, E-Mails beantworten und so. Das ist bei mir, wo mein innerer Schweinehund richtig krass am Start ist und sagt, nein, Bruder. Was man halt machen, was halt helfen kann, finde ich, dass man das einfach auch annimmt und nicht mehr so als negativ sieht, dass man irgendwie in Kampf kämpfen muss, dass man diszipliniert sein muss, dass man Dinge umsetzen muss und dass man auch mal Sachen tun muss, wo man sich nicht dabei gut fühlt. Dass man das einfach annimmt, dass es einfach so ist, weißt du? Und das gar nicht so negativ sieht oder so, sondern einfach sagt, das gehört dazu. Ich nehme das jetzt an, ich fühle mich scheiße, ich nehme das für mich an, ich versuche trotzdem halt, ich habe bei mir zum Beispiel Dinge gehabt, die ich gedacht habe, warte mal, wie kriege ich das am besten auf den Punkt? Ich habe auch so eine Art, wie sagt man, Depression, kann man vielleicht schon Depression sagen, dass du immer wieder im Kopf gewisse Gedanken hast, die dich richtig runterziehen und so negativ machen, wo du dann denkst, Alter, du bist ein Häufchen Elend und du hast kein Bock mehr auf gar nichts, weißt du? Weil das und das vielleicht passiert ist. Was wäre denn eine deiner Depression? Ich habe halt viele so Traumas, sage ich mal, weißt du? Traumas aus der Vergangenheit, die mich dann immer wieder eingeholt haben, so. Wo ich daran gedacht habe und das hat meinen ganzen Tag dann beeinflusst, so, weißt du? Irgendwann habe ich halt angefangen, diese Dinge für mich zu akzeptieren und anzunehmen und in dieses Gefühl reinzuhören und das so zu akzeptieren, wie es ist und das hat mir voll so geholfen, trotzdem happy zu sein, weißt du? Es ist jetzt Part von mir so, ja, das und das ist in der Vergangenheit passiert, so und so ist dein Leben deswegen aus der Bahn geraten vielleicht, so. Nimm es an für dich, sei trotzdem immer noch der Kern, der du bist, so, weißt du? Liebe trotzdem, sei trotzdem happy, mach dir die Dinge bewusst, die du hast in deinem Leben, nimm das als Teil von dir an und hab keine Angst mehr davon und drück das so weg, weil wenn du dann da liegst und das versuchst wegzudrücken, ey, ich will da nicht mehr dran denken, ich will da nicht mehr dran denken, das tut mir so weh und so, dann kämpfst du die ganze Zeit damit, weißt du? aber wenn du das irgendwann vielleicht so schaffst anzunehmen und zu sagen, ja, das gehört zu mir so, dann schaffst du es wieder mehr positiv zu sein und einfach auch wieder happy zu sein, weißt du? Das hat mir auf jeden Fall voll geholfen, Dinge anzunehmen einfach. Voll, also ich fühle das auf jeden Fall, dass ich glaube, jeder von uns hat irgendein, irgendein Thema, was ihn belastet und, denn ich finde, davor wegzulaufen oder es zu unterdrücken, macht es am Ende nur noch schlimmer und, das ist glaube ich auch der Knackpunkt, wo man dann anfängt, sich danach, obwohl, obwohl das halt ein Teil deines Lebens ist, ob es jetzt ein Trauma ist oder schlechte Erlebnisse oder was auch immer, sobald du annimmst und akzeptierst, dass es halt ein Teil von dir ist und du das nie wieder wegmachen kannst, erst dann wirst du dich, glaube ich, gut fühlen. Das ist so wie, akzeptiere erstmal, dass es dir nicht gut geht, erst dann kannst du anfangen, dass es dir wieder gut geht, aber wenn du permanent im Glaube bist, dass es dir schon gut geht, du bist schon top, 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 bro, dann wird es glaube ich, dann geht es bergab. So wie, akzeptiere erstmal, dass du schlecht bist, um besser zu werden und dieses Akzeptieren von Dingen, das ist glaube ich auch der Schlüssel, anstatt dagegen anzukämpfen, sich selbst zu reflektieren, das ist so wichtig und das machen wir natürlich weniger, weil wir abgelenkt sind durch Arbeit, wie ich schon gerade gesagt habe, durch Termine, durch Social Media und so weiter und so fort. Ich habe mal eine Frage an dich.